ja moin moin hier aus wenn es sportstudio und da unten geht das gleich zur sache ein spaß beiseite sind wir natürlich nicht ja wir haben eine feuerwehrwache hauptfeuerwehrwache der berufsfeuerwehr braunschweig so bevor sich jetzt irgendjemand wundert braunschweig hat die 01 beziehungsweise kann zwischen 1 und 10 die zahlen haben weil braunschweig eine kreuzfreie stadt ist durch in niedersachsen suche handhab ja aktuell tf 20 40 und lf 20 und ein elw den wir jetzt erstmal als brandmeister beziehungsweise nicht als stadt brandmeister sondern als elw der stadt braunschweig deklariert haben nicht als stadt brandmeister sein hat er eine 80 erkennung also prinzipiell wenn ich jetzt hier in dem fall von stadt rede ist es kreis dadurch das ist eine kreisfreie stadt das ist stadt gleich stadt so ja ansonsten damit ihr jetzt so in etwa grob mal über sich habe was jetzt hier noch so passieren wird ist wir werden hier definitiv noch eine rettungswache hinbauen können wir jetzt auch demnächst bald gleich bauen rettungsdienst von der berufsfeuerwehr das wird dann hier so die große haupt rettungswache ja dann vielleicht werden wir noch irgendwann mal eine schule bauen dann kommt hier noch eine feuerwehrschule hin so ein bisschen was müssen wir gucken vielleicht irgendwann später wenn wir braunschweig als eigenen leitstellenbereich deklarieren dann kommt die leitstellen hier ansonsten ist unser hauptaugenmerk jetzt aktuell dann darauf dass wir bestehende gebäude ausbauen und natürlich dann den bereich hier auch weiter ausbauen ja muss auch ganz ehrlich sagen bevor wir in vorsburg eine feuerwehr hinbauen will ich erst mal den anschluss hier überhaupt hingeschafft haben hier fehlen sie haben glaube ich mindestens noch drei geräte häuser wenn ich sogar vier weil hier geht es ja noch immer die geballte kraft hier haben wir ja nur so ein bisschen was da würde man einen halben landkreis entschicken also konzentrieren uns jetzt erst mal haupt nehmen hauptsächlich auf braunschweig macht auf jeden fall einsatz taktisch und organisatorisch mehr sind und ich würde sagen lasst uns einfach mal einsätze machen damit wir schon an kohle kommen und dann sieht das schon mal ganz schön aus so jo ansonsten neues gibt es nicht alles beim alten genau wir können ja mal in die statistik von gestern reingucken das erstmal heute das also nicht der rede wert quasi auch nur ein durchlauf gewesen gestern 660 einsätze 521 patienten 25 gefangene ja es wird immer mehr ja finde ich an sich schon mal schön können uns hier nochmal angucken wie viel war das gestern insgesamt knapp 1,4 will aber auch entsprechend ausgegeben also wir haben mehr ausgegeben als eingenommen so seite neu laden ja die nachricht die gucke ich mit dem die später nicht jetzt ja ich habe hier auch noch mal ein neues kript drauf da läuft das im countdown runter ich weiß nicht wie die 48 minuten eingehalten werden wenn ich kein fahrzeug jetzt schicke gut ich weiß nicht warum der skript da sich da das hat einfallen lassen das ergibt in meinen augen keinen sinn aber er wird sich doch schon was bei gedacht haben so ich bin jetzt echt gerade am überlegen wir werden geben kurbel ins auf ich will mich auf das gebiet hier oben konzentrieren krankenausschuss natürlich stehen warum auch nicht fressen gibt es später ist gar nicht so zu gucken kennt ihr das auch wenn der hund eingeschissen kommt dann sterbe ich habe manchmal das gefühl dass eine katze mit drin aber aber du ach ja das war ja die komplette ich glaube wir werden dann definitiv in menschweg auch noch ein wasserwerfer zug dann installieren und so irgendwie sowas ich habe mich dann gestern noch mal das könnte echt in zukunft noch richtig interessant werden weil es soll jetzt nur ein beispiel wenn wir jetzt mal den bvd aus die von stadt nehmen dann wäre es fw feuerwehr ist egal dass es die schreibweise hier von 10 10 kd kd w 10 ja also so ist es zumindest also es wäre so möglich es wird so nicht gemacht also es sind aber die es ist aber alles dafür vorhanden also es könnte zukunft in niedersachsen vielleicht doch ein bisschen komplizierter werden was ich persönlich nicht verstehe weil ich muss ganz ich sagen jeder von uns machten funkelgang und sorry für mich ist das das gehört das ist das wie das kleine einmal eins wer in diesem milieu arbeitet weiß was ich hinter diesem funk nur man verwirkt es gehört dazu in meinen augen man will oder nicht wir gehen jetzt erstmal einmal durch ich finde sowas eigentlich für die schwachsinn zumal ob erkennung ursprünglich war es ja auch so sollte es ja so sein dass man anhand nicht mehr auf den ersten blick erkennen soll welches fahrzeug sich darunter verbirgt wenn das jetzt dann so wieder gehandhabt wird dann versteht die ganze geheimnis krimerei ja dann können wir auch wieder dazu gehen dass die leute per scanner mithören theoretisch naja das ist genauso wie ich meine wenn ich weiß wir haben heutzutage in den geräten ich meine es wird einem angezeigt wer im einsatz drin ist es ist alles aufgelistet ich verstehe es nicht das ist genauso wie das 11 00 immer 02 bleiben wird ob es wollen oder nicht wollen ob es richtig war falsch das ist keine rolle es ist halt so sprech wunsch aber gar nicht drüber aufregen es gibt noch kopfschmerzen sprech wunsch sprech wunsch sprech wunsch sprech wunsch auf jeden Fall muss ich sprech wunsch ehrlich gesagt sagen ähm das war gestern also diese 1,4 millionen das ging schneller als ich ja nicht unbedingt als ich gedacht habe aber es hat sich auf jeden fall wesentlich besser angefühlt als ich es mir vorgestellt habe also es war nicht ganz so es war schon echt da war schon eine ganze zeit aber war cool und ich will heute definitiv also ich will definitiv heute noch die nächste wache in braunschweig bauen auf jeden fall ich will braunschweig ausbauen ich werde mir auch überlegen dass wir jetzt auch keine neuen fahrzeuge kaufen sondern dass wir die fahrzeuge die wir unten in kurbelnz haben dass wir die jetzt so nach und nach hoch holen das wäre doch eine maßnahme hm könnte ich mir zumindest sehr gut vorstellen oder sprech wunsch so aufwendig also ich würde es gerne machen die zeit die fahrzeit ist mir jetzt eigentlich egal aber dann hat man am unten und dann fehlt wieder dann lieber gleich komplett einmal abreißen und gut ist ja ich will noch nicht wissen wie viel sprichwünsche wir jetzt haben wenn das alles gasexplosion werden würden jetzt könnt ihr mich mal an die füße fassen du willst einen weiteren so zu kriegen und du sprech wunsch bist du unterwegs hat sich nicht so schön so dann lass uns mal die ersten in die krankenhäuser vertreten sprech wunsch noch einmal zwischen den kranken ausbauen oder ausbauen nicht neu wir bauen jetzt erstmal die krankenhäuser aus weil momentan kommen wir sehr gut zurecht ja vielleicht wird man es halt nicht immer ich weiß es nicht andererseits stirn tut es da unten ja ohne sprech wunsch ach ich weiß es nicht genau wir machen das ganze was schreibt es mir unten in die kommentare kubel ins lassen oder die brech wunsch lösen ihr könnt entscheiden also zurecht Er hat doch geschickt. Verstehe ich nicht. Ah, da wird bestimmt nicht aussehen. Egal. Egal, 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 egal. Habt ihr das auch im Augenwinkel gesehen, dass der Einsatz schon fertig ist? Ey, da ist Fanny hier. Wie cool. Das gefällt mir. Ach, wir haben ja gar nicht geguckt. Irgendwas Fanny? Nö. Okay. Dank nicht. Hey, ist hier wieder auch, darf auch spielen, ich bin ja schwer begeistert. Sprechwunsch. Sprechwunsch. Ja, die Kohle haben wir, das ist doch schon mal schön. Dann bauen wir nämlich da jetzt auch mal eine Rettungssache hin. Sprechwunsch. Sprechwunsch. Ja. 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 Dann haben wir nämlich das jetzt auch schon. Sprechwunsch. Sprechwunsch. Ähm. Gucken wir mal, ob's langt. Sprechwunsch. 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 durch das sprechwort nicht die sondern Nein. Nein. Erstmal. Erstmal die. So. Ja, das ist doch schön. Schon mal die erste Gasexplosion. Bevor ich das jetzt vergesse, gleich erstmal die Personalgeschichte anleiern. So. Wunderbar. Dann hätten wir jetzt das auch schon. Dort werden wir natürlich dann entsprechend. Dort kommt ein Orgel hin. Dort müssen wir mal gucken, ob wir dort Sprechwunsch sogar ein NRW hinstellen. Ich weiß es noch nicht. Das müssen wir mal gucken. Ja. Sprechwunsch. Sprechwunsch. Nichtsdestotrotz, das war es dann auch schon wieder für diese Folge. Ich würde sagen, wir singen uns und hören uns in der nächsten Folge. Heute ist Samstag. Schönes Wochenende. Bis allen. Sprechwunsch. Tschüss. 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 Tschüss.